Ich bin der Sigi, bin im dritten Lehrjahr, bin Abdichter, arbeite bei Schoop und QAG und das ist mein Alltag. Die Besondere an meinem Beruf ist, dass wir immer dort arbeiten können und durch das Schweissen haben wir natürlich auch immer warm im Winter. Zudem sind wir immer wieder auf einer neuen Baustelle, wo wir neue Leute kennenlernen können. Da habe ich gerade eine Abdichtung für Tiefgarage am Schweissen. Ich sorge dafür, dass das Wasser draussen bleibt bei schlechtem Wetter. Abdichter und Abdichterinnen schützen Flachdächer vor Witterungseinflüssen, wie zum Beispiel Regen oder Schnee. Wir machen das nicht nur bei Dächern, sondern auch bei Terrassen. Für das haben wir verschiedene Materialien zur Verfügung. Wenn du Abdichter werden möchtest, musst du handwerkliches Geschick mitbringen, körperlich fit sein und natürlich auch bei jeder Jahreszeit draussen arbeiten können. Das war mein Alltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerben wir euch als Abdichter beim Schoop. Das war mein Alltag. Ich hoffe, es geht. Danke, dass ihr euch bei der Eier haben.